Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier vom Minecraft 5Gather mit Yannick. Hi! Hallo! Der nur halb anlesend ist. Marvin, hallo, hallo. Und du. Wer ist Marvin? Hi. So, wir haben uns, äh, also ich hab mir nochmal Gedanken gemacht, was ich hier mache. Ja. Hier mit meiner Höhle. Zuallererst brauch ich mal Eisen. Ähm, ganz wichtig, der liebe Yannick, der ist noch nicht dabei, weil er irgendwie zu blöd ist zum Aufnehmen oder so. Frag mich nicht. Nee, irgendwas stimmt nicht hier. Und ich habe keinen Eisen. Okay, gut. Doch, ich habe Eisen. Ich hoffe, man hört nicht, dass es im Hintergrund stark regnet. Also, in real life. Glaube ich nicht. Ähm, was noch, was noch, was brauche ich noch? Lass mich kurz übernehmen. Erik, äh, was brauchst du? Flo, was brauchst du? Hast du gerade Erik gesagt? Ja, ich weiß nicht warum. Lass mich, ich kann nichts dafür, ich bin behindert. Ja. Wer hat hier eigentlich den ganzen Schott in der Kiste so verteilt? Das sieht voll unschön aus. Dann war es nicht. Lieber Herr Flo, was brauchen Sie? So, ich brauche einen Ofen. Und eine Lore. Oh Gott, mit dem Tächter, wir können hier spielen. Oh, jetzt habe ich keinen Tächter-Pack ausgewählt. Ach, leck mich, leck mich. Ich spiele jetzt ohne Tächter-Pack, ist mir auch egal. Ach, das ist... Ah, klar. So. Okay. Au. Habe ich verstanden. Das ist... Was ist... Green Stones, wie ich gerade gemerkt habe. Du bist... Green Stones funktioniert nicht. Ich brauche... Koblen... Stone. Koblen... 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 Wow, da war uns geletzt. Das ist jetzt schon wieder. Da war uns geletzt. Bist schon wieder ein Creeper, Marvin. Oh mein Gott, da war uns geletzt. Ich bin... Marvin, rieb mich über jede einzelne Mobs auf. Nein, das kam mir zu überraschen, das habe ich nicht gesehen. Wie hätte ich in Niro, wo ich nicht drin bin, und bloß überleben können? Nicht mehr. Simulia's joint the game. Oh mein Gott. Ofen. So. Ofen. Was war das? Was war was? Oh, getriebene Boogie. Juuu. Ja. Warum habe ich gerade einen Gast... Ah, ne, einen Enderman in meinem Zimmer. Okay. Ich bräuchte Kohle. Habe ich hier noch Kohle drin? Nein, ich habe natürlich keine Kohle. Juuu, komm mal hoch. Einen Enderman einfach echt in meinem Zimmer. Hat einer von euch Kohle? Loll. Nein. Lass mich mal im Ofen gucken. Guck ihn aber noch nicht an. Hä? Polo? Rechts in der Ecke, ne? Polo. Ja, ich habe es mir gesehen. Gib mir mal fünf Stück. Ja, meinst du, wir können ihn irgendwie rauslocken und dann töten? So, da drin töten. Ja, genau. Weiß eine vergiftete Kartoffel da rein. So, ich lass mich mal gucken, ob das so klappt. Hallo Spinne, wie geht's dir? Tschüss, Spinne. Ich find's voll... YOLO, die nächste Enderperler geholt. Was ist denn hier? Ach ja, stimmt. Das Ding. Stimmt. Hallo Spinne. Tschüss, Spinne. Wie gesagt, das ist Marvin, da ist keine Professionalität gegeben. Musst du grad sagen, der ja fünf Stunden versucht aufzunehmen. Ich versuche nur ein anderes Programm zu finden, mit dem ich auch mal was machen kann. Dann den Bandicam. Ja, als ob ich... Ich hab tatsächlich noch Cobblestone für dich. Übrigens, Flo. Okay, gut. Wo bist du denn? Ich hab mittlerweile selbst Cobblestone, aber... Was ist denn hier? Fazit? Es funktioniert nicht. Marvin, wo bist du? Ich brauche Gold. Irgendwo. Und zwar eine Menge. Ja, dann... Na, Flo, wo bist du? Sehr... Wie viel Gold hast du? Sehr tolle Beschreibung, ich weiß. Flo, wo bist du? Ich hab doch grad gesagt, ich geh den Weg hoch zu Barkos Haus. Ich komm runter. Schäm dich, du solltest nicht den Weg zu Barkos Haus hochgehen. Hauch. Barkos Hauch. Hauch. Barkos Hauch. Barkos Hauch. Ein Hauch von Dummheit. Das passt. So heißt der Part. Ein Hauch von Dummheit. Ich hab nur 46 gehört, von der du nicht mal die Hälfte bekommen wirst. Nein, Spaß. Ja, ich rufe mir die Parts nochmal an, eigentlich. Wieviel brauchst du denn? Äh, wo bist denn du? Bei mir zu Hause. Oh, mir fällt grad auf bei dem Part, den ich heute geredet hab. Ich hab mich schon wieder vergessen, mir ein Textdokument anzulegen, wo alle Dings drinnen stehen. Alle Namen der Soundtracks. Ich brauch einiges. Wee. Gut. Da ist Jew. Da ist Erde. Da ist euer Haus. Da ist Erde. Ich mach's mal. Aber wo Erde? Will irgendwer Erde? Ich hätte hier noch drei Sticks. Muss. Ich komm in eurem Haus überhaupt gar nicht zurecht. Wo bist denn du? An der linken Seite. Ah, da. Ich hab nur noch vier Sticks. Ich kann nicht. Links ist die Sticks. Schau mal. Komm her. Komm her. Aus. Wie viel Schaden hat das gemacht? Acht. Ja. Herzen. Ist halt in Stärke 5 Bogen, Alter. Alter, willst du mich verarschen? So, wie viel Gold hast denn du jetzt? Ich hab 23 für dich. 23. Ich hab überhaupt gar keine Rüstung an. Okay, Jew. Na gut, du musst aber auch bedenken, dass ich keine Rüstung anhab, ne? Wie viel? Wie? Zwei. 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 So, ähm. Wie viel Gold? Ich hab das Gold. Mein Gold. Äh, was hattest du alles mit? Ich dachte, du überlebst das. Scheinbar nicht. Ich hab doch gar keine Rüstung an. Ja, ich hab ja nur ein schärfer Einschwert. Das hättest du eigentlich überleben sollen. Was hattest du denn alles mit? Oder Eisen. Kogel hatte ich, glaub ich, ein bisschen was mit. Wie viel? Kogel hatte ich weiß es nicht. Ja, hier, ich bin gekogelt. Kies müsstest du auch noch gehabt haben, da. Ja, da glaub ich auch noch. Tick. Da, ich geb dir einfach fast die... Ich geb dir einfach genau die Hälfte meines Kobbels jetzt ab. Oh, du wolltest ja eh noch was haben. Das weiß, denk ich schon. Da hast du. Was? Da ist noch mehr Kogel. Kogel, hinter dir. Kogel, du brauchst eigentlich mehr Gold. Gib ihm einfach deinen ganzen Dreck. Ja, genau. Schein ich dir. Freis ich gleich weg. Da ist noch mehr. Haha. Wenn du grad bei mir mit Sorgen bist, da ist noch mehr. Ich habe Angst. Da steht dein Kwiebel. Und ich habe keine Rüstung an. Hier, weiter dürfen wir nicht, ne? Und ich habe auch... Übrigens, guck hier grad in irgendeiner Höhle rum. Hast du's komplett perfekt ausgehöhlt? Ich lege mir doch mal deine Rüstung an. Ja, ich glaub schon. Wenn du nix dagegen hast, lege ich mir mal die Rüstung, die bei dir daheim steht. Warum? Mit welchem Recht? Mit dem Recht, dass ich keine Rüstung anhab. Warum? Wie gesagt, mit dem Recht, dass ich keine Rüstung anhab. Mit was machen wir die Wand hier? Den Rüstungsständer kriegst du auch schon wieder. Ich höre Zombies. Mit Quarz? Guck mal, ich bin nett. Ich bin so nett und lasse dir den Rüstungsständer da. Warte mal. Quarz wäre mal chillig. Ich habe auch noch ein bisschen Quarz oben. Ja, mach mal eine Quarzbahn, das ist gut. Und dann Boden auf dem Boden, äh, Holz, ne? Ja. Ich habe Fichte, glaub ich, noch mit. Ja, Moment, falsch, oder? Ne, doch richtig. Das ist wirklich doof, dass wir sind, keine... Oder Flo nimmst du... Äh, bababa! 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 Hallo Skelett, das war auf jeden Fall klug, hier runterzuspringen. Okay, ja, scheinbar nix irgendwie. Oder Kripa hat sich... Wer an? Gut, dass ich nicht aufnehme, weil ich habe gerade das falsche Text. Bitte Kripa, bitte komm. Bitte folge mir nicht. Der Vater hat mich voll... Boah. Boah, der Kripa ist mir nicht voll geil. Boah, ich bin Marvin. Boah, ich bin Marvin. Boah, lass mal schauen. Ach, ich habe noch gar nicht, ich habe überhaupt nicht das Richtige dabei. So, la... Nicht sogar genau. Rechne. So. Ähm, gut. Mit einem weiteren Goldbarren könnte ich... Lass mich kurz rechnen. 24. Du kannst rechnen? Ja. Ja, habe ich gelernt in der Schule. Was? Weiß. Unglaublich. So, Redstone. Marvin. Ja. Hast du gerade zufälligerweise irgendwas bekommen? Dix. Nein. Dix, 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 dix. Die kommt wieder rauf. Weil du keine Reaktion darauf gezeigt hast. Doch, ich habe gelacht. Das ist wirklich mit meinem ganzen Inventar passiert. Super. Danke, ich bedrohe dich und du lachst darüber. Danke. BTF ist mit meinem Inventar passiert. Boah, jetzt ist diese Höhle. Tausend Gänge hier. Oh, drei Tage später. Warum teile ich bloß dauernd diesen Scheiß-Dings hier runter? Ich bin echt zu verhindert. Tausend Gänge und kein einziges Monster. Und gleich pflege ich bestimmt in die Luft. Ach, ein Skelett. Ja, allein schon, weil du gesagt hast, dass wir keine Monster sind. Deswegen pflegst du eh gleich in die Luft. Das ist ja klar, ne? Ähm, hast du noch Fichtenholtstufen? Wenn ja wohl gegen den Skelett ankommen. Ja, du. Wenn du warst in der Hölle. In der Hölle bist du? Was willst du denn da? Willst du ein Pack mit dem Teufel machen? In die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Sonst geht's dir gut. Alter, wie viel gängig ist diese Scheiß-Dingang. Gottverdammt. Da. Das ist eine Scheiß-Dingang. Das ist eine gute Höhle. Oh, Gold. Ja, gut. Innenarchitekt, ne? Gold. In Architekt. In Architekt. Dann spiel. Oh, ich dachte gerade, ich hab das Gott herzlich bekommen. Alter, ich... Alter, bist du gut, man, Marvin. Ey, Marvin, ich seh dich. Gut, dann würde ich sagen... Boah, was ist denn nicht, Küper? Gut, dann würde ich sagen, äh... Da ist noch ein Küper, ne? Ich sag, ja, ich bin in der Hölle, Yannick. Dann kannst du mich gar nicht sehen. Ja, ist ja gut, man. Ich sage, äh... Ich versuch gerade irgendwie in mein Haus zu kommen. Alter, das ist unglaublich. Ich zerstöre hier meine Rüstung des Todes, weil ich dauernd irgendwo runterfalle. Danke dafür. Das ist so mega schlecht, was ich hier gerade abliefere. Ich bin so mega vorsichtig, ich aufnehme. Ja, also alle, die Papier-Ernick gucken, weil er auch aufnimmt. Lust. Ja. So, äh... Ähm, ich hab auch noch... Ich hab auch noch ein bisschen Quarz in der... Tuhe. Da hast noch einen Garten. Ja, hol ich dann. Fichtenholzstufen. Äh... 49 Stufen, ich brauch noch ein bisschen mehr. Hab ich noch irgendwo Fichte? Ist das der hier, der der Gang? Ich hab hier viel zu viel Erde. Oder Dreck. Ja, scheinbar schon ist das der Gang hier. Warte mal. Äh, Steinziegel, Andesid. Gleichfalls eh da, aber... Gerne kurz verlegen. Ja, oder? Muss ich mir abnehmen. So. Wenn du uns das kaputt machen, kann man es nicht mehr brauchen. Das bin ich ganz woanders. Findest du da überhaupt noch raus, Marvin? Ich hoffe es mal! Bei Marvins Kompetenz würde ich nicht davon ausgehen. Ich hab auch noch 18 Quarz in der Böebringung. Ich ne, ich nehm' ich auch nicht. Das ist das Schlimme daran. Soll ich die gleich mal einsetzen? Mr. Dune. So, gut. Ja, na 18 Ding. Wer hat gleich eh die Lava hier auffallen und eh nicht sterben. So, ich muss Känze. Schlimme da rein. Beschleunigungsschienen. Es werden dann 18 Beschleunigungsschienen. Was, was, was heißt du, wieso? Kommt mal zu mir gleich. Das ist so mega behindert, was ich hier gerade gemacht hab. Gott, ich will's gar nicht erzählen. Ich will's gar nicht erst wissen, was du da gemacht hast. Nein, das ist nicht mega, es ist einfach nur behindert. Ist meine Soundqualität irgendwie kein Schlechter geworden oder so? Wenn ich, wenn ich so überlege, könnt's, könnt's schon fast klappen, ne? Wer bin da? Guck mal hier ins Fenster. Alter, ich brauch selbst. Ja, äh. Boah, wo guck ich eigentlich rum? Ist ja nicht so, dass das irgendwie selten ist und man das nicht aushängen sollte? Ja, gut. Hab ich gesagt. Warte, die Quarzblöcke. Äh. Äh, da ist Quarz, da sind noch 20 Quarzblöcke. Boah. Hast du noch Fichte irgendwie? Ja, ich hab noch Stufen. Hab ich absolut keine Werkzeuge gehabt und selbst 3 Stunden brauchst, um mich hinabzubauen. Ich weiß nicht, warum, aber ich bau die ganze Zeit mit meiner Effizienzspitze gehabt, die ich eigentlich schonen sollte. Alter, wo bin ich hier? In welche Hülle bist du nur gegangen? Ein bisschen der einzige, der grad nicht in der Hülle ist. Nur mal auf Marvin nachzumachen. Ewe, 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 ewe. Äh, Ben, äh, äh, Markus mein ich. Was? Du sollst auf den Markus nachzumachen mit dem ewe, 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 ewe. Das ist original Markus. Woh, woh, alter. Bitte stirb. Bitte stirb. Komm, bitte stirb. Du hättest es dir verdient. Alter. Alter! Stirb einfach! Nein! Verreckt, du Kleiner! Ich hör'n Zombie, ich hab Angst! Hast du überhaupt Rüstung? Ja, ich hab' Rüstung. Oh, ich hab' keine Rüstung. Juhu, das ist nur ein Zombie, ganz ehrlich! Ja gut, ich hab' Rüstung, aber die sind so ziemlich kaputt. Ich hab' gleich keine Stufen mehr. So, wir machen jetzt gleich den ultimativen Test, ob das soweit klappt. Ja, aber nur, wenn die Schienen natürlich anladen sind, ne? Heißt, oh Gott, also Ode. So, das heißt, ich darf mir jetzt noch einen zweiten Tunnel graben. Gut, Jan, ich bau' einfach den Quasglock ab. Ist okay. Flieg' die Lava-Zong, bitte! Bitte, bitte! Dankeschön! Ach, ich hab' ja noch einiges. Aber sonst geht's dir gut? Ja, hab' ich so viel Schienen. Ja, Marvin? Ja. Hab' ich die ganzen Schienen her? So, was geht denn das da runter? Geden ersetzt, stimmt, ja. Wie nimmst du jetzt eigentlich auf? Deine Antwort? Gut. Hallo, Creeper. Ich hab' keinen Bock auf dich, deswegen bau' ich hier wieder zu. Ja, wir sind bei 15 Minuten 22. Ja, dann werd' ich mich gleich nochmal mal aufmachen. Ach, dann ist meine Aufnahme ja gar nicht zu. Meine Aufnahme ja gar nicht zu. Alter, wie schnell das einfach geht, dieses Quasglöcke abzubauen, ist ja mega eklig. Ich mach' mir jetzt hier. Hallo, Höhle! Da war wieder ein Enderman. Wer weiß, vielleicht bist du sogar einer gleichen wie ich. Wer ja. Das wäre sehr kurios. In welcher bist du? Ich hab' keinen Bock drauf, dass hier irgendwo ein Enderman reinkommt. Ich bin jetzt in der Höhle direkt unter unserem Haus. Ach so. Da kann man nämlich auch keine Dinger platzieren. Das ist doof, das hab' ich nicht durchdacht. Ich brauch' mal hier einfach diesen Kackloch. Oh, das werden dann jetzt, wenn ich mich nicht stolze. Okay, Janik. Sieht richtig gut aus. Sag' man zwei Schaufeln, gut. Alter, diese Höhle unter unserem Dreckshaus, ne? Ich glaub' ich fliege hier echt mal irgendwann durch und bau' die komplett zu. Mach' das schon ein bisschen. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen früher bedenken sollen, dass es scheiße ist mit einer Höhle unterm Haus. Hm. Oh nein, das Wasser schiebt mich da die Lava rein. Komm' mal auf den Verreck. Nein, ich hab' so viel Stuff mit und so. Oh nein, kein scheiß Kies. Alles bloß. Wow. Ach ja. Ich hab grad so eine leichte Abneigung gegen Kies entwickelt. Kies ist ja auch scheiße. So wie du. Ah. Wo geht's hier hoch? Jetzt! Gottverdammt, alter! Nein! Ah! Ich seh' da hinten noch mehr Lava und krieg' hier einen halben Herzinfarkt. Hab' ich... Hab' ich Steine noch? Hab' ich... Ah, ich glaub' ich weiß, was du mir noch schuldest. Schuldest mir noch ein paar Steine. Keen Stones. Würdest du mir noch ein bisschen was? Uhuhuhu! Alleinschuld! Uhuhuhu! Ist ja nicht, dass der Quarzblöcke hinkommt. Ist ja nicht so nö. Ich ja auch. Weiße Wolle. Ja. Ja, die sahen sich... ...in der Hotbar so ähnlich. Alter, wo bin ich hier gelandet? WU多ar- WUgu ou solve!! Komm, jetzt stirb endlich, ich hab' kein' Bock drauf' auf dein dummes Rumgeschreien. Bynn... Ey,XO, sieht das hässlich aus, ich Scheiß мозie read! Ja, so wie du. Alter, 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 da sind Diamanten Was? Jamanten? Junge, ich würde mich erstmal mal so richtig freuen, als ob er sterben würde Ja Geht's denn hier? Diese Drexhöhle Kacke, ich geh jetzt kurz Ich hab grad Parallus in der Tat gedacht, ich hab echt nen Namen gesehen Geheimgang Soll Sieben Diamanten, yeah, geil Können wir mal auf den Projekt schmeißen Nicht wirklich nicht Leider nicht, nein, schade Da ist noch Gold, oh, ich Ich hab nen Geheimgang gefunden Alter, diese Höhle Alter, diese Höhle Oh mein Gott, diese Höhle, sie ist so mega atemberaubend und ich steck hier fest Und das krass ist, es gibt ja noch 5080 Quadratmillionen Gänger Quadratmillionen Schön Das krass ist, ich hab grad keine Ahnung, wo ich hinlaube Das krass ist, ich hab grad ne Höhle entdeckt Echt? Ja, wahrscheinlich schon jemand von mir entdeckt Wow, er hat ne Höhle entdeckt Die schon jemand von mir entdeckt hat Top Allerdings finde ich jetzt nicht mehr zurück Dann bau ich euch einfach hoch Ganz endlich, wenn ihr aus Höhen raus wollt, baut euch einfach hoch Na Echt so leicht Höhle Minecrafts sind auch so selten Warum machen wir das eigentlich mit so halben Blöcken? Weil da keine Mobs drauf spawnen können Nee Und das ist ja gut, wenn da keine Mobs drauf spawnen können Ah, jetzt soll ich die um mein Leben grade Hab ich nicht verstanden, weil Marvin gerade so laut war als ich glaube ich so gesehen ja eh genügend Fakkeln einleitern ist gar nicht oder jetzt habe ich keine Spitzsäcke also da links ich bin wenn die Dias weg ja um 8 A, A 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 B Läuf Läuf Boll, jetzt weiß ich dann noch mal Hehehe, ich ass mein Leben, ich ass mein Leben In welcher Hülle warst denn du? Die Sachen sind alle verbrannt, Junge Ja ich weiß, trotzdem möchte ich grüße mir welche Oh man, du bist mir grad so mega leid. Du hast noch einen Diamant. Da sind noch 16 Eisen in deinem Ofen. Ich hasse auch nicht. Da sind noch 16 Eisen in deinem Ofen. Ey, ich nehm mir das Fichtenholz aus deinem Haus, man. Hast du ne Truhe, ne? Junge, du hast zwei Enderpillen, du Lacker. Nice. Junge, du hast 48 Knochen mehr und machst nichts fürs Ding. Nein, also wirklich, schäm dich. Er hat sein eigenes Film. Er hat sein eigenes Film toll. Ich hab jetzt einen Enderpillen, ich hab jetzt einen Diamanten von ihm. In welcher Hülle warst du, Marvin? Marvin hat einen Diamanten. Spass, du hast mein Leben. Och Mann! Ich kann jetzt meine 5 Enderpillen wechseln, aber da hab ich irgendwie kein Bock drauf. Oh, Marvin. Oh, Marvin, du bist mir so mega leid, gerade ist es echt so. Ich glaub, es nennt die Folge de-prim, Marvin. Marvin, aber du bist selber schuld, ne? Wer so dumm ist und sich, äh, ne? Ist das überhaupt passiert? Leuligabag. Er ist in die Lauer gefallen, nehm ich an. Ja, bin ich! Deswegen sneakt man auch auf Blöden. Ja, hab ich getan. Wenn ihr Bäume abbaut, baut sie bitte zu Ende ab. Hab ich getan. Die Taste hat geklemmt, deswegen bin ich nicht... Oh, ich hasse es. Wieso? Halt, ich mach mal bitte ein Eisen für mich. Ein einziges. Ich bin neben Diamanten einfach verreckt. Ja, ich bring dir eins mal. Ich hasse. Mann! Joa, mach das. Ich bring dir dabei ihr den dich. Ich hab keinen Helm mehr. Ja, was Liberty! Warte, sie schenk dir was! Ach, schei. Schuch, nee, du musst das Wasser löschen, ja! Den Diamanten kannst du mal... es ist meine schenk ich dir also scheiße komm mal her marvin komm ich hab ein geschenk für dich hey wieso zündest du unser haus an nein das verbrennt ja alles ja was du nicht sagst leute da unten war ein enderman den ich gerade den ich gerade damit getroffen habe scheiße wenn ihr was spannendes sehen wollt hier passiert gerade nicht so viel danke fürs wasser klauen übrigens du bist echt blödenig weißt du das ja ich weiß das nein ich bin zu behindert ich würde ich sagen dass der fahrt vorbei ist nein wieso bin ich so ein stück scheiße warte mal noch ein bisschen bin hier noch nicht ganz fertig meine tia sind weg ja die darfst du dir jetzt nicht wieder cheaten weil du bist ja durch deine dummheit gestorben mein ganzes essen ich hasse es wieso mann ich kann die enderperle auch noch drehen ja fünfeinhalb äh vier vier und halb dann wärst du ja ein freeshaut nice diesen bogen muss ich auf jeden fall für miro haben tja wenn ihr das hier seht ist die erste folge miro eh schon draußen und ich werde wahrscheinlich verrecken das war's damit den publisher und ciao euer interplayer tschüss äh äh